Heute zeige ich euch in meinem Faszien-Workout ein paar Übungen, die ihr mit eurer Blackroll machen könnt. Das könnt ihr immer als Ergänzung, als Abschluss in eurem Training machen. Das heißt nach Krafttraining oder auch nach Kardiotraining. Wenn ihr bestimmte muskuläre Bereiche wie die Beine oder den Rücken sehr beansprucht habt, dann könnt ihr mit dieser Blackroll und den Übungen dazu die Muskulatur wieder etwas lockern, die Faszien, die Verklebungen in den Faszien lösen. Wir starten und zwar zeige ich euch zunächst eine Übung für die Oberschenkelvorderseite. Dazu nehmt ihr eure Rolle und legt sie vor euch auf die Matte. Bei diesen Übungen gibt es jetzt keine ideale Position oder keine richtige Position, die ihr finden müsst, sondern ihr müsst für euch in der Bewegung die Position finden, in der ihr am besten spürt, wie der Muskel bearbeitet wird. Da könnt ihr ruhig auch ein bisschen hin und her wandern, von innen nach außen, von rechts nach links. Versucht die Übungen, wenn ihr sie für euch selber macht, etwas länger zu machen, als ich sie euch jetzt zeige. Also lasst euch Zeit mit diesem Rollen für jede Muskelgruppe. Das könnt ihr gerne eine Minute oder auch länger machen. Oder ihr macht die Übungen dann mehrmals hintereinander. Für die erste Übung kommt ihr mit eurem Körper über die Rolle und richtet die Rolle so aus, dass sie mittig auf euren Oberschenkeln liegt. Die Hände stützen hier oben ganz leicht. Und dann fangt ihr langsam an zu rollen. Wenn die Rolle zu euch kommt, richtet ihr euch etwas mehr auf. Und wenn die Rolle wegrollt, dann kommt ihr etwas tief. Und dann spürt mal, wie sich die Rolle bewegt. Und dann kommt ihr vom Kniebereich bis hoch zur Hüfte. Die Beine haltet ihr etwa hüftbreit. Versucht die Beine vom Boden abzuheben. Alternativ könnt ihr das Ganze auch einbeinig machen. Dann wandert ihr einfach so zur Seite, dass nur ein Bein auf der Rolle liegt. Und das andere Bein führt ihr an der Seite entlang. Vor und zurück. Zwischendrin auch gerne mal korrigieren. Und dann nutzt wirklich die ganze Bewegung über den ganzen Oberschenkel aus. Und ihr könnt selbst auch bestimmen, wie intensiv ihr das Ganze spürt. Je mehr Gewicht ihr drauflegt, desto mehr spürt ihr, wie die Faszien bearbeitet werden. Und desto intensiver ist das auch für das Gewebe. Und dann kniet euch nach hinten. Wie gesagt, macht es gerne etwas länger. Eine Minute oder wiederholt es mehrmals. Dann kommen wir zu den Waden. Schiebt die Rolle vor euch. Legt die Beine locker drauf. Setzt euch auf die Matte. Hier habt ihr auch wieder die Wahl, beidbeinig zu arbeiten oder einbeinig. Wenn ihr einbeinig arbeitet, könnt ihr das Ganze dann auch intensivieren, indem ihr das andere Bein oben positioniert. Wir starten erstmal beidbeinig. Stürzt euch an der Seite. Habt die Beine leicht gebeugt. Und dann macht die Beine lang. Und rollt euch nach vorne. Zieht die Zehen nach oben. Und wenn die Rolle zu euch kommt, dann zieht die Knie ganz leicht nach oben. Wegrollen. Und zurückrollen. Wenn ihr jetzt merkt, das ist sehr, sehr anstrengend hier vom Stützen, dann ist das kein Problem. Dann rollt nach vorne. Und wenn ihr zurückrollt, setzt euren Po kurz ab. Korrigiert. Und dann rollt wieder nach vorne. Und zurück. Die Variante einbeinig. Ihr nehmt das andere Bein verschränkt nach oben. Und rollt dann nur mit einem Bein über die Rolle. Jetzt bekommt ihr ein bisschen mehr Druck. Und achtet auch hier drauf, möglichst weit zu rollen. Ihr könnt euch die Wade auch gerne einteilen, indem ihr erst mehr im unteren Bereich rollt. Kleinere Bewegungen macht. Und dann etwas weiter nach oben kommt. Und auch hier kleinere Bewegungen macht. Sehr schön. Auch hier wieder mindestens eine Minute. Oder dann im Wechsel mit anderen Übungen mehrmals am Stück. Dann wandern wir nach oben. Der hintere Oberschenkel. Setzt euch mit dem Po auf die Rolle. Macht die Beine locker lang. Ihr stützt euch wieder hinten ab. Jetzt habt ihr auch wieder die Möglichkeit, beidbeinig zu arbeiten. Oder einbeinig. Ich starte wieder beidbeinig. Hier ist es jetzt schon ein bisschen einfacher mit dem Stützen. Wenn die Rolle von euch wegrollt, dann schiebt ihr die Hüfte leicht nach oben. Und wenn die Rolle zu euch kommt, dann kommt ihr mit dem Oberkörper der Rolle etwas entgegen. Lasst die Beine in der Luft. Und ihr könnt hier auch gerne mal die Beine leicht nach außen rotieren. Oder nach innen rotieren. Dann verlagert sich der Rollpunkt auf eurem Oberschenkel. Variante 2. Das Ganze einbeinig. Und dazu wieder auf die Rolle. Und nehmt das andere Bein über Kreuz nach oben. Und dreht euch ein bisschen zur Seite. Und jetzt könnt ihr das Gewicht des oberen Beins nutzen, um noch mehr Druck auf die Rolle zu bringen. Ansonsten bleibt die Bewegung die gleiche. Vor und zurück. Lasst euch Zeit. Auch hier die Variante. Entweder über den ganzen Weg rollen. Oder in kleineren Abschnitten. Mit kleineren Bewegungen. Erst im unteren Teil. Und dann im oberen Teil rollen. Sehr schön. Dann der nächste Bereich. Wir wandern noch ein Stückchen nach oben. Ist der Po-Bereich. Die Po-Muskulatur. Auch hier könnt ihr jetzt ein Bein aufstellen. Theoretisch auch beide Beine aufstellen. Und jetzt rollt ihr über euren Po-Bereich. Entweder mittig. Gerne auch aufrechtsetzend. Auch ohne Hände braucht man ein bisschen Gleichgewicht. Aber das geht eigentlich ganz gut. Das wäre jetzt eine sehr entspannte Position für den mittleren Bereich. Wenn ihr auch hier mehr an den äußeren Bereich rangehen wollt, dann kommt wieder zurück. Dreht euch leicht nach außen. Macht ein Bein lang und rollt euch über den gesamten Po bis hin zur Lendenwirbelsäule. Testet das einfach mal aus. Das ist für euch angenehm. Sowohl die eine Seite als auch die andere Seite. Schiebt mit der Hüfte über die Rolle. Schiebt den Po weg von euch. Und wieder zurück. Das kann man auch sehr, sehr schön im Wechsel machen. Rechts und links. Dann gehen wir noch ein Stückchen weiter nach außen. Die Oberschenkelaußenseiten, die Abduktoren. Da wundert euch nicht. Das ist, wenn man das einbeinig macht. Mit dem vollen Gewicht. Gerade die Männer merken das sehr, sehr häufig. Ist das teilweise ein bisschen schmerzhaft. Das macht aber nichts. Alles, was gut ist, muss auch mal ein bisschen wehtun. Ich zeige euch mal die beste Position, um zu beginnen. Und zwar stellt ihr das obere Bein nach vorne. Stützt euch hier vorne ab. Gerne auch mit beiden Händen. Und dann hebt ihr das untere Bein leicht an. Und jetzt bestimmt ihr selbst, wie viel Gewicht hier von eurem Gewicht auf diesem Bereich liegt. Indem ihr euch mit dem Bein, das ihr aufgestellt habt, mehr hochstützt oder weniger. Darüber dosiert ihr das Gewicht. Je weniger Kraft ihr mit diesem Bein aufwendet, umso mehr spürt ihr das hier an der Außenseite. Und versucht auch hier mal auszuprobieren. Bis zum Knie und nach oben. Und dann ganz dosiert auch in kleineren Bewegungen, in kleineren Regionen arbeiten. Das gleiche. Dann auf der anderen Seite mit dem anderen Bein. Stellt wieder das Bein, das sich oben befindet, vor euch. Stützt euch. Dann wandert mit der Oberschenkelaußenseite über die Rolle. Große Bewegung oder wieder die kleine Variante. Sehr schön. Dann die nächste Übung. Auch eine sehr wichtige Partie, der ganze Rückenbereich. Den können wir, wenn ihr so eine breite Rolle habt, sehr, sehr gut insgesamt bearbeiten. Nehmt die Rolle dazu hinter euch. Und stellt die Beine locker auf. Legt euch mit der Lendenwirbelsäule auf die Rolle. Und dann spannt den Bauch ein bisschen an. Und dann rollt ihr, indem ihr euch über die Beine vor- und zurückschiebt, über die Rolle. Wenn die Rolle nach unten wandert, in Richtung Lendenwirbelsäule, dann richtet ihr euch ein bisschen auf. Kommt nach oben. Und dann werdet ihr lang und das könnt ihr dann nach oben ziehen bis zu den Schultern. Wenn ihr merkt, das Ganze wandert ein bisschen nach hinten, dann korrigiert die Position und steigt wieder ein. Nehmt die Arme nach oben. Lasst die Arme relativ locker. Und atmet ganz ruhig. Und spürt einfach mal, wie der gesamte Rücken bearbeitet wird. Lasst euch Zeit mit der Bewegung. Und ihr könnt natürlich auch hier wieder in kleineren Regionen arbeiten. Erstmal im Lendenwirbelsäulenbereich. Alternativ könnt ihr auch hier euer Gewicht ein bisschen zur Seite verlagern. Das heißt hier an der Rückenseite arbeiten. Mit den Beinen und den Händen euch vor- und zurückschieben. Und das Gleiche auch mit der anderen Seite. Und jetzt habt ihr fünf, sechs, sieben Übungen für verschiedene Bereiche des Körpers, die ihr bearbeiten könnt. Wie gesagt, mindestens eine Minute. Idealerweise mehrmals hintereinander. Also nehmt euch für so ein Faszien-Workout ruhig 20 Minuten Zeit am Ende des Trainings. Kombiniert das Ganze auch mit der einen oder anderen Dehnübung. Dann werdet ihr merken, wie entspannt eure Muskulatur ist. Wie angenehm das auch ist, sich danach wieder aufzurichten. Und dann habt ihr auf jeden Fall euch und eurer Muskulatur was Gutes getan. Ja, ich hoffe, euch gefällt es. Und ihr habt Spaß dabei. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.